Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch Martha von Hattie Christ vorstellen, das im Leipziger Lüscherts Verlag erschienen ist. Das ist ein Hardcoverbuch und es geht darum, das Mädchen Martha, das behindert ist, es kann nicht sprechen, es kann sich nicht selber bewegen und Leon, ein Nachbarsjunge, freundet sich mit Martha an und erlebt mit Martha trotz ihrer Behinderung ganz viele Abenteuer und zwar durch ihre Augen und durch einen Traum. Und das Besondere an dem Buch sind diese eben der Geschichte und wie sie Hattie Christ erzählt, die Illustrationen von der Autorin in diesem zeichnenden Aquarellstil, sehr realistisch, sehr genau, beeindruckend und dennoch auch sehr träumerisch. Wir sehen hier, da beginnt der Traum von den beiden, wie er sich schon mal weiter ausfühlt. Also das sind kräftige Farben, ganz unterschiedliche Methoden, was da zu stellen, also einmal die Fokussierung und dann hier das Wirrwarr. Das ist einfach sehr beeindruckend. Ja, das ist ein Blick in das Buch Martha von Hattie Christ, erschienen 2013 im Leipziger Lüscherts Verlag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken von Martha oder einem anderen Kinder- und Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken von Martha.